So, ähm, ich würde sagen, es geht weiter hier in Guild Wars 2. Jetzt sind wir doch wo, jetzt sind wir doch wo. Ich hab gerade eben nachgeguckt, ich hab jetzt auch die Lufteinstimmung als Elementarmagierin. Ihr seht, ich hab grafikmäßig jetzt ein bisschen was verändert. Jetzt ist hier auf einmal Gras, und das obwohl ich eigentlich das Zeug runtergestellt hab. Ich versteh's auch nicht wirklich. Aber gut. Dann soll ich jetzt mal endlich hier weitermachen, ich will jetzt den Knäppchen gehen. Auf jeden Fall. Irgendwas verprügeln. Weißt du wo's lang geht? Dann renne ich den nämlich jetzt einfach mal hinterher. Folge mir, ich führe dich. Ah, ich weiß nicht. Ich werde jetzt auch mal mit den anderen Einstimmungen kämpfen, um mir dann mal die Spells davon anzusehen. Weil ich muss ja immer die Spells für jedes Element neu freispielen. Ich mach mich einfach nur zappen, du es dann rennend durch die Gegend. Und jetzt bin ich wieder hin, ich scheiße. Sind wir da jetzt richtig? Ja. Kaledonwalt. Ach, das kennen wir doch. Naja, da müssen wir eh wieder hin. Jetzt geht's weiter hier. Ja, ich will auch da unten noch diese ganzen Sachen, will ich eh alle erkunden. Das kann man auch später machen, das ist unwichtig. Nein, ich meine ja auch nicht jetzt, aber halt im Laufe, während wir hier noch eine Quest geben. Das machen wir ja alles. Steven, halt die Klappe. Will aber nicht. So, egal. Ihr wollt auch nicht ernsthaft, oder? Ja, ich wurde wieder in den Überlauf verschoben. Du wahrscheinlich auch. Boah, ey. Ernsthaft. Das ist jetzt... Ja, wobei... Ja, ja. Ich hasse diesen Überlauf. Ey, das ist echt behindert gemacht. Das ist richtig scheiße. Und ich seh' dich natürlich jetzt nicht mehr. Flüstern. Ne, ich kann ja auch nicht zu dir reisen, oder so. Ne. Das ist nicht behindert. Kannst du, wenn du bei mir rechtsklick auf meinen Namen bei dir links oben in der Gruppe machst, weil ich konnte bei mir schon da letztens dann zu dir reisen, oder so. Aber... Geht nicht. Ist das scheiße. Ja, für das Gruppenspielen ist das echt blöd gemacht. Späa, was bist du denn für einer? Ja, gut. Dann wird's jetzt so zu nem halben Solo, nem halben Together. Jetzt direkt. Ist das... Ey, das ist echt scheiße. Ja, ich find's auch ziemlich schade. Aber da ist ein Elementarmagiertrainer. Wie gesagt, ich guck mich gerne um. Deswegen will ich jetzt zu diesem Elementarmagiertrainer. Geht nicht zu euren Diensten. Und sagt dir mal Hallo. 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 Ich geh zu meinem... Ich geh zu meinem... Zeigt mir eure Handbücher. Ausbildungshandbuch des Experten. Ja, ich... Ja, ich merke, ich bin ein Experte, Steven. Ich brauch das. Ich brauch das genau jetzt. Ich brauch das Großmeisterbuch. Wir sehen uns wieder. Und ich hatte grad einen komischen Grafikfehler. Ich bin mal gespannt, ob das wird in Guild Wars 1. Ich hatte einen komischen Grafikfehler, aber weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich ignoriere es. Hör auf mich zu ignorieren, Maul. In Guild Wars 1 war das immer so, da konnten wir immer massenhaft irgendwelche Skelette beschwören. Ich hoffe, das kann man hier später auch, weil das war echt lustig. Ich hab's da durch die PGs gerannt, wenn man es so nennt. Ich brauch mal kurz nen Gegner, weil ich will die Spells mal ein bisschen laden von dem anderen. Los, stirb! Ja, ich will einfach mal gucken, was ich denn noch so drauf hab, vor allem in, äh, den anderen Korn. Ähm, durchsuchen. Ja, klar. Ich nehm im Moment einfach nur alles mit. So, an E-Tims. Ich weiß, dass ich die meisten Grauen wahrscheinlich später wieder wegwerfe, aber ich hab im Moment noch absolut keine Ahnung, wie ich was wo benutzen kann. Und deswegen nehm ich die einfach mal mit. Ähm, und ich seh gerade, dass ich noch Handschuhe hab und so nen Kram. Äh, jetzt bin ich schon wieder auf mein Inventar gegangen, ich volltrottel. So, hier. Ähm, plus 5 Präzision, klingt besser. Ausrüsten. Oh, da hat wieder irgendein Problem. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Bei mir, ich hab, ich hab auch ein Event. Ein Event auf erstandene Schmerzen. Gebt Heinhüterin an, wenn Leuchtkäfer Leuchtmittel. Das ist aber kein Event. Vor allem Leuchtkäfer Leuchtmittel. Leuchtkäfer Leuchtmittel. Vor allem Leuchtkäfer Leuchtmittel. Ja. Nutzt den Moment. Okay, verwende die Markierung. So, von Leucht. Gut, ich mach einfach mal in dem Eis. Oh, fuck, fuck, ich hab da geleuchtet. Vier. Ja, okay, aber die, die... Ach, nee, da kämpft schon ein anderer mit der Inn. Ich bin mies und kämpfe einfach mit. Das ist der Doombringer. Voll der Evil Boy. Ich bin ja leidhaft, Dicke. Das ist zwar kein Leuchtkäfer, aber ist mir jetzt egal. Die ganzen Leute, was wollt ihr von mir? Verpisst euch, ich bin der Typ. Wo ist der hingeflogen? Ey. Das ist Leuchtmittel, neue Fähigkeiten meiner Meinung nach. Boah, ich mach den Viechern absolut keinen Schaden. Fällt mir gerade auf. Ich will das Level sehen. So, ich geh jetzt mal in Feuer, vielleicht geht da mehr. Ja, da geht schon um einiges mehr. Vor allem, wenn ich meine ganzen Spells raushaue. Wie gesagt, man muss einfach mal in die Spiele reinkommen. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Ja, dass du mehr Leuchtmittel brauchst, das hab ich jetzt auch schon gefunden. Die übrigen Punkte sind immer für schöner Leuchten. Ich hab das Gefühl, ich spiel gerade mit dem einen Spieler zusammen. Ungewollt, aber... Ja. Hier ist ein Leuchtkäfer-Nest. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt gemacht hab. Oh, ich hab einen Leuchtkäfer beschwört. Cool, Leucht... Ja, ja. Aber was ist denn? Scheiße, über den Überlaufen eigentlich vorbei. Also fürs... Ja, da müssen sie echt noch was drehen. Das ist mal ein Roll. Ja, schade. Roll. Ihr habt eine Kombo ausgeführt. Um eine Kombo auszuführen, nutzt eine entsprechende Todesschlussfertigkeit in einem Kombo-Feld. Ihr könnt Kombos alleine oder zusammen mit euren Verbündeten ausführen. Ich hab keine Ahnung mehr... Es fragt mich nicht, was ich gerade gemacht hab, aber es hat funktioniert. Ach so, das war das, wo man zum Beispiel so eine Feuerwand macht, und wenn dann eine Wall-Full-Kant beschließt, wenn dann Pfeil in Franken setzt und so ein Scheiß. Ja, sowas. Ja, aber ich hab keinen Plan, ob ich da das machen kann. Ist ja auch egal. Aber ich hab die Feuerwand ein bisschen zu schlecht gesetzt. Voll Feuerwand-mäßig. Ah, uh. Sobald's bei dir wieder ins Normalspiel geht, einfach dann rein, ne? Was? Wenn's wieder ins normale Spiel geht, dann einfach rein. Ja. Eigentlich das ist eine neue Fähigkeit. Zeichen ist schön. Ich bleib hier jetzt einfach stehen, weil ich so viel treffen muss, und jetzt, bam, hau ich einfach alles drin. Oh, ne Pflanze. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Ja, ich weiß, dass du mehr Leuchtmittel brauchst. Ich wollte schon ein böses Wort sagen. Halt dich zurück, es sind Minderjährige anwesend. Vielleicht. Nicht anwesend, aber die werden das sehen. Fast anwesend. Seid vorsichtig. Oh. So, ich hab da jetzt mal Leuchtmittel schon mal abgegeben. Balle einfach mal irgendwo drauf, es ist mir grad egal. Boah, ich bin wie so eine Artillerie-Kanone, ey. Goh. Ich bin mächtig. Hm. Meine, hat meine gerade geschrien, dass sie mächtig ist. Ich hab's gehört, ich wollte gerade sagen, nein, bist du nicht. Ich hab schon wieder irgendeinen Erfolg bekommen. Kriegst du auch dauernd irgendwelche Erfolge. Ich hab keine Idee, woher du. Ja, die ganze Zeit töte das, töte dies, du hast das getötet. Wie jetzt gerade 5 Millionen Leute auf diese Leuchtkäfer schlagen. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Es fühlt sich besser an. Geben wir der Tossi mal ihr Leuchtmittel. Alter, hier sind echt 5 Milliarden Spieler. Ich frag mich, ob der Überlauf wirklich so das Ganze besser macht. Ja, keine Ahnung, ob das nur zur Entlastung kommt, ich weiß es nicht. Aber ich verstehe es nicht, wenn ich die anderen Leute hier sehen kann. Aber mir kommt es auch so vor, mir kommt es auch im Überlauf so vor, dass ich Spieler, wenn sie weit weg sind, dann sieht es aus, als wären die nicht hier und die tauchen nicht mehr erst auf, wenn sie näher dran sind. Ist das bei dir auch so? Ja, das ist aber auch in Städten so, oder so? Jetzt rennt das Vieh natürlich weg. Nee, Moment, hier sehe ich es auch ganz weit. Nee, jetzt ist alles nicht aufgelöst. Ja, das ist irgendwie mal so, Ja, aber ich verstehe es nicht, ich kann ja die anderen Leute auch sehen, warum kann man denn dann eigentlich mit Vierten denselben Überlauf sehen, oder was? Ich faceroll mich hier durch die Gegend. Nicht nur du, nicht nur du. Ja. Ich tue einfach ein paar Rieschen. Boah, was macht der eine denn da? Der rastet grad voll aus. So dass eine Margarine auf Level 2 glaube ich mehr drauf hat wie ich. Ich habe gleich einen neuen Spell. Feuer Schild. Dann habe ich alle ähm, äh, Feuerspells. Ja, ihr habt eine. Wieso habe ich die jetzt allein? Jetzt habe ich nicht mal was gemacht. Die tägliche Tötung. Einfach nur Viecher töten. Ja, ich sehe es gerade unterschiedliche tägliche Tötung. Elf Gegner, die täglich sammeln. Ich brauche mehr Leuchten zu den ganzen der Stadt. Die tägliche Events treiben. Hoch, 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 hoch. Ich sterbe gerade. Upp. So. Passt, passt. Alles im grünen Bereich. Vor allem im grünen Bereich. Ich bin eine Pflanze, bei mir ist immer alles im grünen Bereich. Ja, auf den Englern daraus hängen zu lassen. Läscherlischer englischer Akzent hier. Wenn überhaupt den Französischen, der ist lustiger. Wenn wir die Franzosen hier raushängen lassen, dann ist das nicht gut. Glaube ich zumindest. Hat mir meine Mama einmal gesagt. Ja, mit Hausnägen. Franzosen sind böse, Masse. Ich könnte jetzt was, was echt, na, was Flaches sagen, aber nicht. Nein. Sag lieber was Hügeliges. Flach ist nicht so meins. Flach ist nicht so meins. Raushängen lassen. Äh. Was anderes raushängen lassen. Ich will gleich meinen Franzosen hier raushängen. Okay. Dann kommt der Brunftschrei. Los. Nein, jetzt. Wir wollen doch nicht die Kinder schon so kaputt machen heutzutage, wenn sie sich ein harmloses Let's Play angucken wollen, weißt du, und dann... Falscher Ort, falsche Zeit. Falsche Menschen. Also mit den falschen Menschen meine ich übrigens. Lol. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe irgendeine Mega-Kumpo rausgerotzt mit einem, der neben mir stand. Und hier ist jetzt gerade totale Vernichtung gewesen. Ja, das stimmt sogar, wenn man nur zusammenarbeiten könnte, wenn man sich auch mal sehen würde, das wäre ich. Ja. Ich habe einen von 5 Millionen Erfolgen gehalten. Danke für diese sehr wichtige Information, Guild Wars. Das werde ich direkt mein Buch für die Nachwelt schreiben. Ach nein, das machst du ja schon. Boah, ich kann mich in den Hund verwandeln lassen. Geil. Ich wollte schnell mal meinen Schwanz jagen. Ähm. Egal. Ich muss erstmal den Lügen finden, wenn ich das machen kann. Wie kann ich helfen? Klingt spannend. Ich hoffe mal, dass ich bald Level 4 bin. Boah, jetzt bin ich eh ernsthaft. Geil. Ich kann heulen sogar. Das kann ich auch so. Hups. Ah, auf welcher Tast hab ich denn gerade umgelegt? Reisen. Jetzt kann ich. Ja, echt noch nicht. Kaledon, halt. Ja, dann kommst du vielleicht mit dir auch gleich, wenn du Glück hast. Jetzt bin ich aber wieder zurückverwandelt worden. Ich war doch gerade der Hunde vor mir. Pisser. So, ich wechsle jetzt einfach mal auf Blitz. Ich habe keine Blitzattacken, aber ich mach das jetzt einfach. Gut, ich mach absolut keinen Schaden, aber... Ich darf das. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Geh mir nicht mit einem Leuchtmittel auf den Keks. Wow, das macht echt wenig Schaden. Das dauert ja... Fantastisch. Ich habe jetzt genug Leuchtmittel, um die Stadt erstrahlen zu lassen. Aber ich nehme gern noch mehr. Sie will noch mehr. Komm her, Schlampe. Schluck. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Bleib wachsam. Steven? Ich glaube, Steven hat sich wieder verabschiedet von uns. Egal, dann machen wir einfach mal alleine weiter. Was ist denn da? Okay. 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 Vielen Dank.